Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, in der Übung 2 zu unserem Thema Wie geht gutes Leben von Skudelsky. Nun üben wir nun oder wiederholen nun die Präpositionen, die Anwendung der deutschen Präpositionen, ein nicht ganz einfaches grammatisches Gebiet, da wir sehr viele Präpositionen haben und da sich nach der Präposition auch der Kasus richtet. Wenn Sie noch Fragen haben, dann sehen Sie nach, bitte bei unseren Grammatiktafeln zu Kapitel 3 beziehungsweise unsere Grammatikvideos auf YouTube zu diesem Problemkreis. Bitte ergänzen Sie nun die fehlende Präposition von Nummer 1 bis Nummer 9. Ich werde Ihnen im Beschreibungsteil des Videos die richtige Lösung nachliefern. Bis dahin sage ich Ihnen viel Spaß und wünsche Ihnen viel Erfolg. Tschüss.